Yo Leute, ich stelle euch heute ein weiteres Pyro Munitionssortiment vor. Heute handelt es sich um das Proton Set von Umarex, welches von VEGO produziert wird. Im Set sind 18 verschiedene Effekte im Kaliber 15mm enthalten, wobei einige Effekte mehrfach enthalten sind, sodass im Sortiment insgesamt 50 Schuss zu finden sind. Mir hat das Set eigentlich ganz gut gefallen, es waren definitiv einige schöne Effekte dabei. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Test. Dann machen wir als erstes hier die Blinker. Oh, schön. Dann machen wir hier die Sky Circle Silber. Dann haben wir hier drei unterschiedliche Röhren mit Sternen. Da werden wir einfach unterschiedliche daraus rausballern. Machen wir erstmal hier ein paar Color Flash. Und der letzte. Dann machen wir jetzt hier diese Gold Flash. Da bin ich mal sehr drauf gespannt. Oh, geil. Mit Farbwechsel. Ja, echt ganz cool die Teile. Und dann machen wir auch noch die Super Effekt Sterne. Machen wir auch einfach nur zwei draus. So, die RG56 ist leer. Dann machen wir mit der Reccobra weiter. Ist jetzt 9mm. Das müssten hier die Sky Circle Gold sein. So, jetzt habe ich mir hier von den Sky Circle Gold und den Sky Circle Silbern jeweils zwei reingeladen. Und dann in die Soraki 914. Cool. Hier sind noch so ein paar andere Effektsachen. Erst der Rote. Wie das drückt. Dann der Grüne. Schön. Und jetzt machen wir noch hier den Outbreak Bouquet Rice. Das sind die Silver Blizzards. Boah, die sind gut. Machen wir noch einen. Heftige Teile. Und das hier sind auch noch die Pfeifpatronen zum Schluss. Knallen mit den Pfeifpatronen. Genau. Mal schauen, was ich hier noch so in meiner Hosentasche hervorzaubern kann. Nehmen wir mal den hier. Heftig. Ja Leute, das war es für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.